It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen CSGO Matchmaking auf Inferno. Der Ubrank muss ganz langsam aber sicher... Uff. Nein, nein, nein. Mein erst. Nein, 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 nein. Du ahahahahah. Long. Nice. Okay, komm. Das schaffen sie, glaube ich, irgendwie. Lop. Hm. So. Los, Spiel. Null, stopp. Uff. Boah, der war nice, Mann. Das mögliche... Oh. Mein Horn! Okay, gut. Also ich glaube, wir müssen etwas warten und ich glaube, passt auf. In Weise voraus, ich sage schon mal voraus, dass der Grüne, dieser Punkt, und wahrscheinlich auch Solution, dass die beide möglicherweise richtige Pisser werden. Das kann sein. Oh, fuck. The line is coming. He's low. Eight HP left. Low gegen Low. Wie viel ist es noch? Oh Gott, vier. Bevor ich es vergesse, heute Abend, also jetzt gleich, ist wieder Livestream. 18 Uhr geht's los. Wir hustlen ordentlich rein. CSGO und danach irgendwas anderes Cooles. 1 HP Onsport hat man gehört. Moooooo. Mit dem Rücken zu ihm, Alter. Was spielen die? Warum treffe ich nicht auf solche Gegner, die mit dem Rücken zu mir stehen? Oh, oh. Me's coming with AK. Ich habe hier ausnahmsweise mal wieder Hardcore-Rosen-Action am Start. Überleg mal, wie lange das her ist, dass ich letztes Mal Leute mit solchem Akzent am Start hatte. Ist schon echt ein ganzes Weilchen. Kill ihm. Kill ihm. Unsere erste Runde ist geholt. Jetzt folgt der Rest. Hallo, motherfuckers. He's down. Ach, mate. Ich hätte warten sollen, bis er tot ist, um nicht den Schuss durch ihn durch zu fressen. Blit. Blit. Grün hat die Bombe ganz alleine und steht auf A. What the fuck? Onsport one, what up? Oh my god. Ist das nicht wahr, oder? Er steht vom Motor Punk unter Beschuss, aber er holt mich noch. Da fängt es schon an. Guck mal, er hat schimpft mit Yellow rum. Ich weiß nicht, warum. Yellow, hat ihn angeblich down gepusht? I'm not crying. In Großmutzstaben. Komm schon, bitte. Ich will wirklich keinen. Also, wenn ich echt drei solche Kack-Noobs im Team habe, dann packe ich es nicht, Alter. Ich glaube, Fiddy ist der Coole, der so lässig spricht. Maybe Church? I'm not crying. Nein, I'm not crying. Ja, also, er ist chillig. Ach, danke für die Bombe. Heidenar, jedes Mal krieg ich sie zugeworfen. Hat er drei geholt von uns? Er überstückt, der gerne. Alle reden englisch und er fängt an auf irgendeiner erfundenen Sprache, Gedichte vorzutragen. Das ist ein Gras, danke, wirklich. Er callt auch nicht, der pisser, der callt nicht. Ah, minus 60, scheiße, 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 mir ist gerade vorhin aufgefallen, dass ich ewig kein Matchback in mir aufgenommen habe wollte, ich könnte immer ruhig sagen, ich könnte immer ruhig sagen, ich weiß, aber wir gerne die Matchmaking sehen, ich kenne euch doch, scheiße, scheiße, tja, und ne, wo ist denn der andere hin, hä? Easy peasy lemon squeezy. One sticky. da habe ich mich ganz versteckt waren sind smooth tutorial incoming jedes mal ich habe zwei nates gefressen eine mit meinem kopf und die andere in meinem erst was kann ich überhaupt so ich habe ziemlich guten sporn gehabt die ap sollte eigentlich noch fucking chance haben ja es ist möglich aber ich habe noch ein armer richter durch ja ich habe getroffen ich wusste ich habe wieder in angefragt gerade eben durch die dadurch ich muss das halt auch war weil ich nicht rechtzeitig gesagt habe dass ich gerne auf b spiele aber hat man sich der partners behind you schreibt es steht damit noch im kopf aber lasst ihr euch treffen doch kommt schon das ist nicht russisch das ist doch was aus einer warmen region oder so sprechen braun gebrannte herren im mittleren alter am strand genauso entweder die kapademie wenn ich jetzt nicht mindestens acht kills machen drastisch aus mit seiner blöden pampel meint echt er hat mich jetzt gerade gejagt der wollte mich haben da oben drin ich bin nämlich krass am hustlen und zwar im pt ich bin so ein typischer pt regler ich fahre die regelung in pt komplett hoch apartments vergesse ja damit er will mich und meine gisela so und jetzt schöne klare erfolgslinie fahren wisst ihr eigentlich wer das aktuelle youtube gewonnen hat mr adrian viel spaß mit deiner p2 50 alligator hast du mir einfach deinen trading unter das video und dann rennt der hase sehr schön sehr schön leute viel vielen dank für eure likes vielen dank für die kommentare haut rein wir sehen uns dann jetzt gleich im live stream um 18 uhr und ich würde sagen auch danke an die patreons und kanalmitglieder thanks ma dukes